Tito, Tito, Tito. War er gut, dein Liebhaber? Der aussieht wie ein großer Hund. Na ja, scheint ihm ja gut zu gehen. Und dir auch? Diese Störungen immer. Ja, dann gehen wir mal gleich spazieren. Der Miran ist ein großer Pferd. Max, das ist ein großer Pferd. Max, kann man hören? Alles okay, Max. Alles in Ordnung. Ja, alles in Ordnung. Alles in Ordnung. Was für ein Hund. Max, aus. Okay, Senior. Du bist sicher. Du bist sicher. Du bist sicher. Ich habe eine Nane zu packen. Ich habe einen Foto. Sie haben einen Kursus. Sie haben einen Kursus. Ich habe einen Kursus. Ich habe einen Kursus. Na ja, noch mal 4 Kilometer, das ist 4 Kilometer der Samuhe, hm? Hm. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.